Als ich angefangen habe, ab Null zu tauchen, auch weil er die Fantasie groß war, habe ich übrigens gesagt, du, was soll ich denn denken, wenn ich nicht dein Wasser nicht denken? Ja, in der Tasche, nicht an die Uhr denken. Da habe ich gedacht, okay, nicht an die Uhr denken, nicht an die Uhr denken. Irgendwie hat das nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Und dann habe ich mir überlegt, okay, an was könnte ich denken. Tatsächlich ist es so, manchmal, und das ist der optimale Fall, man legt sich ins Wasser, atmet nicht und alles löst sich auf. Es geht auch darum, den Tag auch so zu gestalten, dass wir sagen, morgens haben wir was zum Aufwachen, mittags haben wir was, um Konzentration zu finden oder auch mal was, um eine kleine Zwischenentspannung zu schaffen und abends haben wir was, was uns runde fahren kann, wie wir runde fahren wollen. Und das ist eben der Vorteil an der bewussten Atmung, dass wir mit Hilfe weniger Atemübungen unser Leben einfach ein bisschen verbessern können. Und das ist eben der Vorteil. Und das ist eben der Vorteil. Und das ist eben der Vorteil. Wenn Liebhips unter anderem auch ihren Körper nach pewno chem �ern. Moment, kommt davon aus. Und das immer wieder.